SEGA Unentdeckt gewannen sie an Macht, bis zum Angriff eines Seelenlosen auf den Bergenkonzern. Wie lange hatten sie uns schon untergangen, sich unter uns gemischt und auf einmal stand die Menschheit vor der Auslöschung. Unsere Hoffnung gab uns Stärke. Unsere Hoffnung machte uns Menschen. Gemeinsam kämpften wir ums Überleben. Doch wo lag die Grenze zwischen Maschine und Mensch?